wir sind heute für euch unterwegs in frankfurt auf dem wochenmarkt auf der kaiserstraße und sind jetzt hier zu gast bei grüne soße on tour und werden hier mal die bekannte frankfurter grüne soße probieren die ist ja aus sieben verschiedenen kräutern gemacht und ich werde es mir jetzt einfach mal schmecken lassen und euch dann gleich sagen wie es umundet die grüne soße hier bei grüne soße on tour hat wirklich hervorragend geschmeckt also ich kann es nur empfehlen eine portion kostet 6 euro und vor allem nur 1 euro zusätzlich auch mit frikadelle und je nach jahreszeit gibt es hier auch noch verschiedene eintöpfe und der stand ist jeden dienstag und jeden donnerstag hier auf dem markt in der frankfurter kaiserstraße vertreten